so ein neuer Tag, ein neuer Anfang oh, Regen wie gesagt, Regen, gut Regen ist gut Regen ist gerade sehr gut na, da komm ich nicht dran du oder was? gibt's doch nicht oh Eskalation so alles verkaufen na was sind das manchmal, äh, versteh ich's nicht so, wo sind denn unsere Tierchen? Lala Tierchen oh nein ich hätte noch mal vielleicht ein bisschen, äh, Gras kaufen sollen äh, nein oh, jetzt in den Hühnerstall und dann wieder raus, ne nehmen da so äh so, du liebe Wachtel nein, das war die falsche Wachtel äh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ah, ok, mehr gehen hier wirklich nicht rein mehr geht hier einfach nicht rein oh, Alter, ihr habt ja alles weggefressen die Kühe sind also scheinbar sehr verfressene Viecher Kühe sind verfressen halten wir's fest und dann So, na, jetzt milkt die doch mal. Was soll denn das? Ach, das ist das. Ach so, ja. Melk. Oh, Melk. Oh, Melk. Nein! Das ist manchmal mit der Automatik beim Rausgehen echt ein bisschen doof. Da willst du dich umdrehen, zack, bis sie raus will aus dem Stall. Guck, ob ich die gleiche getroffen bin. Ne, ob ich die getroffen bin. So, hier ein Ziegenstall, Schafstall, Ziegenstall. Was ist der Schafstall? So, große, schöne Wolle. Raus dir? Schere. So, wunderschön. Sind Schafi. Nacktes Schaf. Fö. Ach, guck mal. Die sind auch fertig. Wie cool. Was auch immer das ist. Papaya. Okay, das ist Papaya. Das andere kenne ich jetzt nicht. Drachenfrucht. Auch sehr gut. Denk ich. Ich denke. Ich gie denke. Ah, guck mal. Hier, zack. Und dann. So, und damit haben wir dann auch die Enten-Eier alle. Ente, 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 Ente. Aber wir haben nicht mehr, ja. So viel haben wir nicht mehr. Ähm. Jo. Lass mal kieken. Fünf Eier. Zwei davon. Und dann zwei gute Milch. Na, jetzt. Ach so, die Maschine ist schon voll. Nein. Nein. Ich hab Milch gegessen. Wie kann man denn Milch essen? Wenn, trinkt man die Milch doch. Naja, egal. Er hat die Milch gegessen. Oh. Heieieiei. Das ist ja alles so anstrengend hier. Bis, das wollte ich nicht. so falsch wasabi damit wir auch mal zu die liebe meines lebens ist irgendwo hier in der klinik er wird er später für dich sein wasabi schenken du bist so nett danke ach so ich sollte zu sams laden gehen und ein paar sachen holen heute morgen war der Kühlschrank im Grunde leer. Ich mag meine OP-Kleidung. Sie ist bequem und leicht zu reinigen. Aber ab und zu soll ich mal einen weißen Kittel tragen. Ein bisschen Abwechslung hineinbringen. Ja, mach. Du weißt schon, wie Charles sieht gut in seinem Kittel aus. Was willst du mit dem Charles? Mädel, du bist meins. Meins. Ist alles in Ordnung? Ja, Charles, noch. Noch ist alles in Ordnung. Naja. Bamm, 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 bamm. Mh, mh, mh. Bamm, bamm, bamm. Geschäft. Ausrüstung entwickeln. Ah, okay. Was ist das? Ah, Rezept für Autodünger. Ah. 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 Auto. Ah, das ist auch gut. Mh, okay. Geschäft. Goldseetanks haben wir auch hier. Okay. Okay. Die war okay. Ja, ja, ja. Bronze, Silber. Aber das andere haben wir noch nicht. Ne, ne, ne. Fossilienüberreste verarbeiten. Wilde Samen. Okay. Wilde Samen. Okay. Ja, kann man machen. Ähm, was ist das? Produkt... Qualität aufwerten. Ach, Samenstufe. Aha. Aha. Aufwertung ist verfügbar. Aufwertung ist verfügbar. Was ist denn das dann? Obstbaumstufe 1. Aha. Würde ich schon so früh für eine bessere Qualität. Hoi, Level 1. Würde ich schon so tierische Produkte von höherer Qualität herzustellen. Aha. Mhm. Sieh mal einer an. Das kann ich jetzt... Nämlich nicht. Hm, 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 hm. Jetzt laufe ich aber zurück. Jetzt habe ich mir aber auch nicht gemerkt, was wir bräuchten. Äh. Für einen automatischen... Dünger, Gedönse, etc. Hm, hm. Naja. Jetzt kommen wir schon drauf. So, da ist Gold drin. Achso. Müll. Wobei, Müll kann man auch hier reinpacken. Composer. Maschine ist voll. Okay. Was ist der Abi rein? Die wilden Samen tue ich jetzt einfach nicht hier rein. Das ist auch in Ordnung. Ach, guck mal. Die Tiere gehen jetzt alle schön... Schön brav hier rein. Kann ich denn da jetzt mit die Verbesserten... Ähm... Sprinter 2 könnten wir jetzt machen. Danach haben wir einen Radius von 24 Feldern. Hm? 2. Okay. Ah ja, 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 ja. Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe. Oh, das war ein bisschen zu viel, glaube ich. Ja. Aber damit hätten wir schon mal einen, bitte. Äh, bo-b-b-b-b-b. Äh, bo-b-b-b-b-b. Okay. Ähm... Die sind noch nicht so ganz... Achso, oh, wir haben einen vergessen hier. Zack. Zack, zack. Basilikum und Gerste. Upsack. So, Gerste kommt auch nochmal hier hin. So. Zack. Und dann können wir nämlich nochmal eben schön dümer machen. Na, den dümer nicht. So, läuft doch. Es läuft doch. Okay. So, die Wolle. Södle Interagieren Der trifft das Der trifft das Ah, der deckt das Feld ab dann Okay Ähm, wie kriegen wir das denn jetzt Back hier? Warte mal Achso, das ist doof Ne, 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 wir lassen den Sprengler mal Okay, der wird Achso, der wird ein Feld ausbleibend Wir ziehen unsere Kreise hier Außenrum, so und jetzt Sehen wir den Rest Na, Mist So, lass mal gucken So, Süßkartoffeln, 20 Stück Ähm Das ist gut Das ist gut Das ist gut Das ist gut Ja, nach und nach Könnten wir sie mal eigentlich alle ersetzen Wenn wir ehrlich sind Wenn wir ehrlich sind, könnten wir sie mal eigentlich alle ersetzen Das sieht doch wunderschön aus Wir machen uns langsam Jetzt haben wir so langsam The Dree raus hier The Dree So Wunderbar Damit gehen wir jetzt auch pennen So Geh schlafen Ja Steht doch 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 Vielen Dank.